Auch wenn es nichts nützen sollte, verwendete sich mein Mund für meinen gesegneten Giorgio. Patricio schlief, in meine Arme geschmiegt. Er musste gespürt haben, wie ich zitterte, als der Bauer endlich aus seinem Haus auftauchte und Erde, die sauberer war als er selbst, auf mein gesegnetes Kind schaufelte. Patricio muss gehört haben, wie die Sommererde auf die Myrtenblätter herunterbröselte und dann auf das Holzkästchen traf. Es hörte sich an wie ein plötzlicher Regenguss, sodass ich zum Himmel hinaufblickte. Den 17. August 1850, den Tag, an dem Giorgio entschlief, habe ich mir eingeprägt. Doch das Herabregnen der Erde, als mein Gesegneter von mir genommen wurde und der Abstand zwischen seinem und meinem Körper endlos wurde, hinterließ tiefe Spuren. Worte und Zahlen vermochten nichts dergleichen. Die Mütter in unserer Gasse, die zuvor so verschlossen gewesen waren und sich in ihre Verurteilungen gehüllt hatten, hatten Mitleid mit mir. Zu zweit und zu dritt kamen sie an meine Haustür und brachten mir ganze Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln, die in Levkada zur Vergebung der Sünden gerade Verstorbene offeriert wurden.